Ambi-Deluxe. Moments for a living. So, ich habe die AmbiClean Reinigungstablette einfach mal in den Tank mit warmem Wasser geschmissen. Und wir haben außerdem Reinigungstabletten aber auch noch das Reinigungspulver, weil manche unserer Kunden haben gesagt, hey, die Tabletten, schön und gut, sobald die ein bisschen Feuchtigkeit ziehen, kann es sein, dass sie sich wirklich langsamer auflösen. Darum haben wir auch das AmbiClean Reinigungspulver noch entwickelt. Das zeige ich euch hier mal. Also das ist die Tablette, da ist eine drin. Aber wir haben auch das Reinigungspulver, das zeige ich euch einfach mal. Dort haben wir erstmal einen Deckel. Manchmal knirschen wir es ein bisschen, weil ein bisschen Pulver beim Abfüllen dazwischen gekommen ist. Dann haben wir nochmal einen Verschlussdeckel. Und dann haben wir hier das Pulver drin. Und da sieht man auch schon, da kommt ein kleiner Löffel zum Vorschein, der genau im Prinzip diese Dosiermenge hat. Und das heißt, wir können jetzt hier mit dem Löffel einfach mal den voll machen. Und diese Menge, die tun wir jetzt hier ins Wasser rein. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht es. Ich streue das einfach mal. Und man streut das so und das löst sich sofort auf. Also man kippt es rein und es ist sofort aufgelöst. Während die Tablette da unten sich immer noch langsam auflöst. Ambi Deluxe Moments for Living Was ist ein Video haben. Dann würde sie nicht mehr so schön fühlen. Aber du lässt er sich immer noch communications L ensuring Und hier kann man das 삼m. dylles dramas. anticipating sich oder das ück die